bleiben sie vorerst hier kein problem sir es sind noch mehr von uns hier wenn sie noch leben dann finde ich sie wenn sie noch leben hast du die anderen schon gefunden machen wir kurz den stufenaufstieg mit ja guck ich sicher hat sich bewährt jetzt muss ich checken so auf in die schlacht Hallo Batman, ich weiß, dass du es bist. Was ist? Bist du ent... Das ist mein Revier, Batman. Verzieh dich. Das freht nichts. Die Waffe ist zu stark. Die einzige Person, die ihre Schwäche kennt, ist Freeze. Halt still, Batman. Okay, ich muss da wieder raus. Wir müssen erst zu Freeze. Also bin ich jetzt der Falsche weggegangen. Woh, guck mal, da hängt ein riesen... Dingses. Dingses, ihr wisst, was ich meine. Nein, nein! Jemand Interesse an einem gebrauchten Batsuit? Das Blut geht sicher ab. Unglücklich gefallen. Das wäre sicher Riesach gewesen, wenn wir es so gemacht hätten. So, die Tuckern, Mamoto, Nippa. Wohin wir hätten sollen, sowieso zu Erschi gehe. So, Freeze. Wir kommen. So, ich bin ein Falsche. Hallo? Keine Sorge, Mr. Cupplepot, wir haben alles im Griff. Der Anzug von Bruce ist im Kasten. Hab ihn im Blick. Das will ich dir auch geraten haben. Batman ist auf dem Weg und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. An mir und den Jungs kommt er nicht vorbei. Der Anzug ist in Sicherheit. Sag den Jungs, ich lege für denjenigen, der ihn mehr Leben bringt, nochmal 100.000 drauf. Sehr großzügig. Ist so gut wie erledigt. Zuhören! Binguin will Batman lebend haben. 50.000 für denjenigen, der ihn fängt. Dann her mit dem Geld. Er gehört mir. Nicht, wenn ich ihn zuerst sehe. Ich kann es spüren. Wenn er durchkommt, wird keiner bezahlt. Kapiert? Schützt den Anzug und sichert die Tür. Ist Batman hinter dem hierher? Wer weiß. Falls ja, kann er es vergessen. Heh, vielleicht sollte einer von uns den Anzug anziehen. Was? Ja, denk mal drüber nach. Bleib cool, Batman. Ich bin ein Mann in einem Kühlschrank. Willst du dazu noch Eis? Ich hab noch Kipplauen. Wäre ne Idee, oder? Ja, ne blöde. Zieh ihn dir an. Das Ding ist schwer. Wie willst du reinkommen? Nicht ne Anleitung dabei. Wie schwer kann das sein? Wir sind doch schlau. Oh, was? Er kam von hier drüben, ganz sicher. Soll mir das Angst machen? Okay. Das hätte man schon mal. Ich hab' einen gefunden. Komm, wach auf. Verdammt, der ist bewusstlos. Oh, du willst dich im Dunkeln verstecken. Viel Glück. Darauf ist er nicht. Wo ist er hin? Muss ich euch daran erinnern, dass ich jeden einen, der mich enttäuscht, persönlich erwürge? Was ist vom Teufel? Nicht. Ha? Du versteckst dich im Dunkeln. Was? Denkste. So, da kommt der Nächste. Wo steckt ihr? Mann, was ist nur mit diesen beschissenen Drecksmaschinen los? Und zack, weg ist er. Kommt, reißt euch zusammen. Ich zahle und will Ergebnisse sehen. Bewegt euch. Ich hab' einen von euch Idioten verloren. Beenden wir das Ganze. Ich bin jetzt hier gegangen und hab' da vorne so kleine Sprengladungen gemacht. Sie hatten Recht. Ich hab' einen gefunden. Und der Nächste rennt das Ninn und dann drücke ich ab. Oh, das bringt sie nicht um. Ich sichere die Brücke. Wie macht er das nur? Was ist los? Ach, halt's Maul. Wir müssen weitersuchen, sonst sind wir tot. Zeig dich, Feigling. Was ist nur mit den Dingern los? Versteckst dich im Dunkeln. Was? Denkste. Er ist nicht da drauf. Wo steckt ihr? Ich verliere die Geduld. Du verlierst die Leute. Mal sehen, wer zuerst bei Null ist. Penguin hat euch einen Befehl gegeben. Los! Ich übernehme die Brücke. So, die kommen jetzt wieder da her. Und dann kann ich den Nächsten von hinten ausschalten. Hier ist jemand. Also, es muss alles schnell gechillt und ruhig abladen. Boom. Wie sollen wir denn hier rauskommen, Mann? Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Dass ein dritter Gerät kommt, ist jetzt aber ungünstig. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Hm, hm, hm. Lass ihn jetzt zu dritt sind, ist doof. Das macht mich sehr unglücklich. Er lässt euch wie ein paar Trottel aussehen. Was? Ich bin sicher, dass es von da kam. War's das? Mehr hast du nicht drauf? Hey, wo bist du? Oh, du willst dich im Dunkeln verstecken. Viel Glück. Darauf ist er nicht. Willkommen im Geiselclub. Sie nehmen Geiseln. Ich muss unsichtbar bleiben, um sie zu retten. Lasst mich nicht hängen. Lasst mich nicht hängen. Das verzeih' ich euch nicht. Kapiert? Versteckst mich im... Hintet ihn! Tötet ihn! Macht schon! Was ist hier los? Das ist gar nicht... Mir fehlt ein Mann. Das ist nicht gut, oder? Aber ich bin mir sicher, dass mich der Rest von euch nicht enttäuschen wird. Ihr seid alle eine große Enttäuschung. Ich glaube, ich werde euch alle töten. Was geschieht da drinnen? Habt ihr Batman schon aufhalten können? Was ist mit dem Anzug von Freeze? Antwortet mir! Ich hab gesehen, wie du aufgeräumt hast. Wahnsinnsarbeit, Mann. Ich bin Tom. Tom Miller. Sie gehören zu Gordons Einsatzkommando. Hab ihre Akte gelesen. War nicht leicht, muss ich ehrlich sagen. War nicht leicht. Ich mein... Sorry, dass ich dabei ein bisschen ruhiger geworden bin. Äh, ja. Wir müssen von irgendjemandem verpfiffen worden sein. Wir wurden geschnappt, anschließend hergebracht und dann gehörig verdroschen. Sie sind sicher. Jetzt gelten nur noch zwei Personen als vermisst. Was ist mit der Iceberg Lounge? Koppelpot hat uns gerne dorthin gebracht, um uns weiter zu verprügeln. Wenn du Glück hast, findest du sie dort. Okay, zuhören. Nur nochmal zur Info. Batman hat unsere Ärsche gerettet. Ab jetzt kontrollieren wir diesen Raum. Keiner geht rein oder raus. Was ist mit dem kleinen Bastard, der uns das angetan hat? Ich will Rache. Die kriegst du. Machst du nicht. Der kommt für den Weg. Bis auf den Anzug keine Spur von Freeze. Ohne ihn überlebt er nicht. Ich muss ihn finden, bevor es zu spät ist. Kein Problem. Sanchez, sichere den Haupteingang. Sorgen wir dafür, dass wir hier heil rauskommen. Wo ist Freeze? Ah, ich gucke mal, wo die anderen sein. Wenn ich einen von den Bastarden sehe, ist er tot. Wir machen es nach Vorschrift, Jungs. Gordon hätte das so gewollt. Wir sind besser als diese Leute. Ja, will ich aber. Hoffentlich habe ich aber sechs rausgeholt. Oh, und da dachte ich, ich habe Freeze jetzt schon falsch gedacht. Unter mir ist das Gitter. Diesmal machen wir mal safe. Tschüss ey. Dann mein Paddelbootchen. Bein, du hättest es falsch gemacht. Ich mache es schön langsam. Schön langsam. So, wir haben auch schon gegnackt sie. Die Schale wird auch mal glatt aus. Attacke. Hier kommt Batman. Hier kommt Batman. Man, 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 man. Hier kommt ein abläst. Nur weil der Stank schwebt, der 있어. Oh, der legt noch, der legt noch. BAM! Oh, wie wenn der Defibrillator kriegt hat. Na, haben wir das jetzt. Hallo? Man muss sich sicherlich vorstellen. Ist dir ein ausgezeichneter Kröro, wissen wir, oder? Wow! Oh Gott, nein! Stücke schneiden, Armin. Das dauert nicht lange. Jemand Interesse an einem gebrauchten Batsuit? Das Blut geht sicher ab. ... Untertitelung des ZDF, 2020